Oh du, ich mach mit, kein Dimmer. Einfach rein schnetzeln, schnetzeln! Gibt's nur Blut? Alter, voll in der Luft, die Eier zerschnetzelt. Was? Aber ich kann doch keine Eier essen, das weißt du. Oh man, ich wollte dich gerade töten. Zu langsam. Ja, Entschuldigung. Küsste! Wo ist denn die andere? Die andere ist eine Etage weiter oben. Wie kann man da die hochspringen? Kannst du doch. Nein. Man muss nur wissen wie. Ha 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 ha. Guck doch mal, hier. Du musst... Nein! Ah! Hey! Was hast du gefunden? Oh, was haben wir denn da unten für ein Baby? Totes! Ey, ich brauch einen riesen Weg! Jetzt kommen die Kinder! Oh, was ist denn? Ich will dich nicht mehr. Ich will dich nicht mehr. Oh, was ist denn das? Ich will dich nicht mehr. Oh, was ist denn? Warte, hier ist auch mal so eine Partie. Ja. Und wie ist das gerade... Und wie ist das gerade so... Entspannend? Ein bisschen Monster schnetzeln. Das entspannt richtig. Nach einem hartem Arbeitstag. Einfach mal ein paar Monster töten. Ich meine, das ist gestört. Das sowieso. Alter, wie du dir echt durch die halbe Walachei geschickt wirst. Jaja. Sollen wir wieder Sightseeing machen? Und gefühlt überall schon mal warst. Ah, da hat er juckt. Dann lass dich jucken. Nein, da kann ich nicht kämpfen. Fritiert mich. What the fuck? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja dann. Oh... Und? Hinterstand sehe ich gegen... äh... Durch Feuer. ... aber verletzbar durch Feuer. Hab ich doch das Recht hier. Oh ja, genau. Okay, jetzt hat er das nicht ab. Ich habe wieder diese Geist, oh. Ah, was ist denn jetzt? Ah, komm schon. Not on the face. Die sind echt ein bisschen nervig. Vielleicht haben sie auch eine gute Widerstands-Thematik. Ah. Der eine ist verletzbar durch Strom, der andere hat Widerstand gegen Strom. Das ist aber mega nervig. Und vor allen Dingen sind sie scheiße zu treffen, muss ich sagen. Ja. Kaum noch Schuss, ey. Wo sind wir jetzt? Was? Ist er schon durch die Kiste öffnen, vermutlich? Ah, okay. Okay. Er hat Widerstand mit Feuer, oder? Er fährt wohl durch Feuer, ne? Okay. Easy easy. Ich hatte auch Feuer, keine Angst. Ich habe hier das Element... Ich habe hier das Element dabei, keine Angst. Ah, Streber. WANG raus für Harambe. Okay. Das war... Da ist noch eine Kiste, da ist noch eine Kiste. Hey. Hey. Hihi. Was ist du da? Du hast doch einfach den Weg. So, wo ist er denn? Die Kiste, da, 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 da ist er. Steht aber Top Pavillon. So. Belohnung. Das war ein paar lustige, nette Viecher. Ja. Das war aber so. Das ist echt nur ordentlich. Schlachtvieh. Was machen wir jetzt? Noch eine? It's dangerous to go alone. Take a one with you. Ich dachte, es gibt eine Waffe. Müsste eigentlich eine gegeben haben. Ich habe keine neue. Ich glaube, die habe ich noch nicht genommen. Nee, ich hatte die Quest nicht genommen. Ohhhh. Seriously? Ja. Seriously? Ja. Seriously?! Ja. Obwohl ich dich nicht verletzen kann. Ich hoffe, dass ich dich nicht verletzen kann. Juuuge. Ich drücke LT zum Zoom. Dies geht mit den meisten deiner Fernwaffen. Ah. Informationen, die kein Mensch braucht. Ah, das ist ja erst mal eingebildet. Ja, gut. Gut. Ich sage mal, wenn man das das erste Mal spielt, hilft das auf jeden Fall. Oh, ich hätte keinen Bock, dass mir jemand die Honigpomme loschiert. Was? Ja, ich... Oh nö, was denn ist los? Was denn? Schon wieder raus? Ich bin rausgeflogen. Ei, 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 ei. Wird ein Lodge da rein, hä? Was geht ab? Du willst nicht mehr mit mir spielen. Gib's zu. Die Unity Media will das nicht anscheinend. Nein. Wir haben beide Unity, das ist dir klar, ne? Ja, aber ich habe Hessen-Unity Media. Ich habe Hessen-Unity Media, Alter. Weil NRW-Unity Media... Ja, ich... Ich muss ja sagen, im Großen und Ganzen, ich bin zufrieden mit Unity Media. Ich kann mich nicht groß beschweren. Das muss ich auch zugeben. Jetzt lobst du es, oder ist das nicht Internetausfall? Ich würde mich so weglachen. Ich würde mich so auslachen. Bleib mich mal ein, Junge. Ist schon längst passiert. Meine. Nee. Besiege... Besiege die Frostritte. Ich weiß nicht, ob das so lustig wird. Aber... Lang können wir nicht mehr machen? Mir tut's Ohr weh. Also zur Nebeninfo, nach der OP ist mein Ohr verdammt empfindlich geworden. Ich kann das Headset leider nicht mehr länger als 2-3 Stunden aufhaben. Aber es ist eine neue... Er sieht... Ha? Sieht etwas neu aus, die Gegend. Du ver... Du fühlst mich gar nicht für weite Verletzungen. Dafür stempel ich dich das nächste Mal voll. Oh, da schlägt eine Sternen-Schnuppe. Ganz schön winterlich hier. Ich kann jetzt ja meinen Namen schütt aus dem Weg nehmen. Da fliegt eine Sternen-Schnuppe. Yay. Was? Ich will auch eine Sternen-Schnuppe. Musst du oben gucken. Oh, wow. Das ist wirklich ein Sternen-Schnuppe? Das glaube ich jetzt zwar nicht, aber das ist eine andere Geschichte. So, auf geht's. Oh, mega nice. Hier bleibe ich. Jetzt ziehe ich ein. Hallo! Rennst du durch Feuer! Geh mal noch einfach die tolle Breitseite. Geh mal noch einfach die tolle Breitseite. Yes! Go, baby! High five! Letzt von dem Strom hab ich gelesen? Von der! Was? Good morning, Starshine. Good morning, Starshine! Haha, ich will von Wang. Ach, ich hatte gerade immer einen Good morning, Starshine. Oh, yeah. Good morning. Keiner her. Was soll schön hier? Oh, da ist... Toter, überlegender Flieger Ich wünsch ihn, ja... Was willst du, du großes Baby? Komm, tatsch mich! Heißt eigentlich Hilfe, warum? Ja, ohne mich wärst du jetzt gestorben, gib's nicht zu Vielleicht, vielleicht doch nicht War da was? So lang Ich sammle noch meine Sachen ein Oh, guck mal, wir haben Blubberbert! Was? Der war schon, der war schon mal schlimmer Ja, es gab Tage, da haben wir uns gedacht so... Nope Darkness, meine Hände Oh man, yeah! How's up? Oh! Woah! Ow! Das ist... Wo ist die Geek? No! Wo ist die Geek? Hehehehe! Das ist die Geek? Oh! Da ist die Geek? Das ist die Geek? Das ist die Geek? Der ist tot. Oh, der ist noch nicht. Ich hab grad Leatherface gesagt. Ich hab von der Errungenschaft bekommen. Ich fühle mich grad wie? Was hast du für eine Errungenschaft gekriegt? Irgendwie einzigartige Sammlung. Wahrscheinlich hab ich so und so viel Zeugs eingesammelt. Okay, ich will auch. Äh, wo ist denn noch was? Ach, da. Warte doch mal! Ich bin ziemlich alleine. Boah ey. Das find ich voll nicht vorbei von hier, ne? Hat keiner gesagt, dass du sterben sollst. Das stimmt, ich muss niesten, kacke. Oh, niest. Nein, ich kann grad nicht. Kiste und Keks. Ich hab nur noch, ah ne, da ist wirklich ein Keks. Au. Keks, was hat er denn? Chaos ist die Tonart der Wirklichkeit. Henry Muller. Die Grenze zwischen Wirklichkeit und Unwirklichkeit ist nicht fest. Sie ist lediglich der letzte Ort, an dem rivalisierende Gruppen von Schamanen ein Unentschieden erkämpft haben. Robert Einten, Münzen. Okay. Kiste. Was haben wir denn da hinten? Widerstandsweg gegen Feuer. Geist. Widerstandsweg gegen Feuer. Geste. Ich hab gerade einen Moment gelegt und mich einfach zurückgesetzt, ey. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht war, aber es hat mir irgendwie glaube ich das Leben gerettet. Wooh! Refreshen! Hm, Das Leitung sollte eigentlich einwandfrei laufen, mein ich. Keine Ahnung. fast easy easy peasy gg easy hört mal auf mit dem spruch hört mir auf mit dem spruch gg easy ja genau mit dem warum ist eine kiste hier ist ein schrein das ist so eine kiste ich kacke jetzt auf die kiste ich will monster prügeln wieso komme ich da nicht hoch ja gut dann gehe ich halt die drei meter nach nebenan ist auch okay ist okay spiel sei doch so pingelig jetzt hat die kiste mich mit angerufen wende der angst niemals den rücken zu du musst sie immer vor dir haben wenn du etwas eventuell umbringen musst der schwingt hier hoch der fette sack das ist nicht geplant da das verteilte am rumliegen Ein neun nuggie, ein neun nuggie So, next one Gucken wir mal, ob wir Scharfschütze spielen können Ich geh dann schon mal weiter mit, tschüss Hast die Dinge auf der Brücke in Ruhe, komm BEWEG DICH Hä, hier wollen wir doch schon mal Äh, ich glaub, ich hab nicht vorlaufen Ey, anschreien verboten Haha Alter, ich hasse diese Wiese Scheiß explodierenden Drecksäcke, ne? Ernsthaft, du imies Vieh hast mich jetzt den Schwung gepostet Tot Hm, hier soll doch noch irgendwo was liegen Wo ist denn... Ach, da war's Ach, du bist hier hinter mir Toll Ich hab grad was aufgehoben noch Alter, du hast was aufgehoben? Ja Hälst du immer was von der Straße auf? Meine F***, Alter Wohl dir nicht so wünftigst beigebracht in deinem Leben Wenn du dich auf die Fresse legst, muss ich dich hier auch wieder aufheben So, hier ist Urge weg Das mit der Fronik darf man nicht aufheben Ja, dankeschön Ich bin raus Das Spiel ist gecrashed Dann bist du ja jetzt gleich tot Wann wirft der Deals los? Ich hab überhaupt keinen Lack mehr Was ist das denn, ey? Mann, erst wenn ich zwar über die Verbindung Jetzt crasht das Game Was noch? Was los, Pizze? Geht's dir gut? Ist dann wieder soweit Ja Mann Das soll ja nicht wahr sein hier Das Lava hasst mich Siehste? Ich wusste es Jetzt hat der alles allein kaputt gemacht Nee Ich bin, du bist fast gestorben Wieso du kämpfst ohne mich? Ich muss Sonst wär ich Nein, du musst nicht Du kämpfst doch einfach weglaufen Hm Das ist so unfair Das ist so unfair Waaaaaah Au 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 Ich hab ihm den Arsch aufgeschlitzt, alter Der hat mir seinen dicken Arsch entgegengehalten und ich hab reingeschlitzt Ja Hast du Spaß dran? Hast du dich dran aufgegeilt? Ja Nee, das glaub ich eher nicht Boah, ich hab ein Foto für dich gemacht davon Ähm Geil, du kannst ein Porn verkaufen U-Porn Da laden wir's hoch Also wisst ihr Die nächste Folge seht ihr auf YouTube U-Porn Ja, mit so einem sexy Arsch, ne? Ja Oh, ich hab hier noch ne Kiste und nen Keeex Einen Keeex Einen Kindergarten zu leiten ist, wie ich ins Gefängnis zu gehen Am ersten Morgen auf dem Spielplatz stehst du zur 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 vielsitzenden Mutter und haust ihr auf die Schnauze Danach legt sich niemand mehr mit dir an Ja, den hatten wir eben schon Was? Den hatten wir eben schon Hab ich nicht mitgekriegt Ja, natürlich Der Arsch Hat das nicht mitbekommen Uua, landet da So Ja Einmal Frostfaktor Yay Waffe gefunden vor allem Ja Aber Oh, das Ding sieht gut aus That's beautiful Mal kurz rein nehmen Wo ist es denn da? Sieht interessant aus, ja Bedenkt Viele Einmal Schlag Ernsthaft? Kind So was kindisches hier, hemma Zeig mal Ein bisschen ernst her Das ist ein ernstes Spiel aber ich würde sagen verabschied du dich mal ich nehme ich jetzt auch und wir sehen uns beim nächsten mal alter gibt uns daumen hoch und abonnieren natürlich vergessen daumen hoch abonnieren gibt es fünf sterne teils auf twitter gar nicht fünf sterne es gibt keine fünf sterne wo wir die pfz da muss ich gleich die bänge kaputt machen alter daumen hoch für gehirn katze tschüss